Das Gewurfsfeld bei Wittburg ist jetzt auf Telefon. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Geht's Ihnen nicht? Doch, danke. Dann legen wir mal los mit der ersten Frage, okay? Geht's ja um 1000 Euro, wie Sie schon wissen. Was bestellt der Bauer im Frühjahr an den Acker oder will das Essen auch fältern? Ah, der Acker. Acker, wir gucken mal.